Wir sind hier auf einem türkischen Fest. Und was ist mir da? Was hast du denn vor? Adana. Adana. Also, proben wir mal aus. Zweimal Eirat. Also dieser Herr neben mir, der kennt sich hier bei den türkischen Speisen, Essen und Trinken sehr, sehr gut aus. Ein bisschen, ja. Ich wohne ja daneben. Dann kann man sich auch von ihm geraten lassen. Richtig. Man muss ja nicht immer deutsch denken, man kann auch mal türkisch denken, oder? Und essen. Richtig. Also es war jetzt echt hervorragend. Die türkische Küche ist auch außerhalb von Döner. Ja. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber hervorragend. Richtig. Wir trinken mal einen Eiran drauf. Jawohl. Also, das kann man schon sagen, dass es eine kulturelle Bereicherung ist. Also es hat sehr gut geschmeckt. Richtig. Also, das ist hier eine türkische Kirmes, sagen die dazu. Ja, kennen wir eigentlich die von uns und das ist halt so keine religiöse Veranstaltung. Einfach ein bisschen bassar, gut essen, gut trinken. Moscheenkirmes. Richtig. Ein bisschen weniger Alkohol als normal. Aber vielleicht... Ein bisschen weniger Alkohol als normal war, glaube ich, hier. Richtig. Ja, ja, ja. Aber wir haben die Milch getrunken. Eiran. War aber auch lecker. Aber vielleicht sagt der Vorstand mal was? Also, der Vorstand von der Moschee sagt mir jetzt, wie das Fest hier heißt. Wie heißt das Fest hier? Das ist unser jährlicher Kirmesfest. Das Kirmesfest. Wird einmal im Jahr groß gemacht und einmal klein gemacht. Das heißt, im November rum wird es klein gemacht. Im Sommer, kurz vor Frühling wird es groß gemacht. Das ist ein großes Fest. Morgen auch nochmal, oder? Morgen ist der letzte Tag. Morgen wird es... Wenn ich feiere. Alles gut. Alles gut. Okay, jetzt wisst ihr, wie das hier sich nennt. Auf Deutsch nennt man das Hockitze. Hockitze. Hockitze, oder? Ja. Hockitze. Auch die Türken können Deutsch. Merkst du was? Sie können sogar Schwäbisch. Ja, wir können sogar Schwäbisch. Da kann man ja Integration richtig leben. Es wäre jetzt natürlich auch schön, wenn die türkischen Mitbürger, die wir haben, oder auch die islamischen oder muslimischen Glaubens, auch mal in die deutsche Gastronomie vorbeischauen würden. Die Frage ist immer, liebe Leute, ab wann ist eine Integration gelungen? Habt ihr eine Meinung dazu? Wenn, postet die einfach mal in YouTube rein. Richtig, genau. Ab wann gilt es von der Integration zu sprechen als gelungen? Auch Türken können wir ihre Meinung dazu sagen. Selbstverständlich. Einfach mal, wir haben hier ja vielleicht noch ein bisschen eine Restmeinungsfreiheit. Wir heißen ja nicht Böhmermann. Von daher dürft ihr das ruhig reinschalten. Genau. Zeig mal deine Lose. Du hast was gewonnen oder was? Nö. Ich versteh nichts. Da muss ja ein bisschen da sein. Ja, vielleicht mit den Nummern oder so. Nächste. Keine Ahnung, was er für Nummern gezogen hat. Naja gut, also das was nachher übrig bleibt, nimmt er her, dann geht, ne? So in der Richtung. So warm war das. Hier in den Ordnern aufgefallen ist, die waren zum Teil schlimmer als die Deutschen. Du darfst ja nicht mal überall parken. Die haben da richtig aufgepasst. Ja, sie kriegen halt mit den Nachbarn Schwierigkeiten, ob Fuchs, ob Bäcker und sonst wo irgendwo. Sie sitzen halt genau mittendrin im Treibenden. Also für was du alles hier Verständnis hast. Ja, Schiffe. Ja. Das ist Integration. Ja, man sieht auf den Festen doch sehr gut, dass die Menschen hier eigentlich gekommen sind, um zu bleiben. Was jetzt nicht unbedingt so gut war, ist, dass sehr wenig deutsche Menschen hier waren. Und die vorherrschende Sprache ist, glaube ich, typisch. Ja. Und das Fleisch, was wir gegessen haben, war sehr wahrscheinlich Hellal oder Halal. Auch darüber können verschiedene Tierschützer eine gewisse Position beziehen. Geschmeckt hat es uns auf jeden Fall gut. Ja, das war sehr gut. Aber inwiefern man das so dann weiter einführen und verbreiten sollte, darüber habt ihr sicher im Internet eine Meinung. Also wie gesagt, einfach einpauschen. Und trinken. Sag mal, warum ist eigentlich bei dir dein Bart so kurz, die anderen treiben denn länger hier? Das ist persönliche Ansichtssache, wie lang man ihn selber tragen will. Weil ich ihn einfach so kurz haben will, beziehungsweise so lang. Ich habe jetzt keinen oder doch ein bisschen. Du hast schon drei Tage Bart, so der typische Spruch. Ja. Aber das hast du nie. Du hast schon länger gemacht. Ich habe schon länger, ja. Und hat das einen Grund? Dass ich einen Bart habe, ja. Einfach religiös, weil es unser Buhabit Mohammed auch gemacht hat. Sprich, das ist Sünne. Und deswegen habe ich auch einen Bart. Und die Frauen hier haben teilweise Kopftuch und teilweise nicht. Ja. Und gibt es da auch einen Unterschied oder wann machen wir, wann machen wir nicht? Nein. Also wir als Moslem machen da jetzt keinen Unterschied. Ein Moslem ist ja auch, wenn sie ein Kopftuch hat oder wenn sie kein Kopftuch trägt. Es ist eine persönliche Einstellung, eine persönliche Lebensart, ob man ein Kopftuch tragen will oder nicht. Ja. Und diejenigen, die sich dann an die Vorschrift vom Kopftuch halten wollen, die tragen es dann. Die anderen nicht. Aber für uns ist es keine minderwertige Person. Es ist auch ein Moslem. Okay. Ja. Das war eigentlich ganz gut erklärt. Natürlich, weil es eine freiwillige Sache ist. Also du darfst da keinen zwingen, irgendwelche religiöse Rituale zu machen. Also kein Zwang, ne? Okay. Dann beim Fleisch. Das war jetzt ein bisschen anders hergestellt, als wir das gewohnt sind. Ja. Warum machen wir das? Also anders hergestellt im Sinne vom Schlachten. Genau. Weil wir Muslims auf den Helalfleisch achten müssen. Also sprich, dass es auch von einem Muslim geschlachtet werden muss. Ja. Während dem Schlachten wird dort ein religiöses Ritual gemacht. Und wenn man das dann so schlachtet, ist es dann auch heller. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass es heller ist. Hat aber mit dem deutschen Tierschutzgesetz nicht so viel zu tun. Tierschutzgesetz in dem Sinne, diejenigen, die sich an die Rituale halten, die halten sich auch an Tierschutz. Okay. Na gut. Ja. Das heißt also, auf deutschen Speisenkarten kriegt man das nicht. Und das erklärt auch, dass viele Muslime vielleicht nicht im deutschen Restaurant essen gehen. Weil das Fleisch halt nicht alles. Im Restaurant geht man essen, aber dann halt kein Fleisch. Ja. Also, dann wisst ihr warum. Genau. Dankeschön für deine Ausfahrt. Kein Problem. Gerne. Was ich jetzt bei dir sagen muss, ein Unterschied zu mir. Als ein Bart, da könntest du noch ein bisschen dran arbeiten. Nee. Ich bleib so wie ich bin. Ich werde kein Moslem oder sonstiges. Ich bin ganz einfach ein Ungläubiger. Na gut, hast du aber trotzdem was zum Essen gekriegt. So richtig beschweren kannst du dich jetzt auch nicht. Auch Ungläubige dürfen gesättigt werden. Ich halt so. Nehmt euch ein Beispiel. Auch da kann man wieder unterschiedlicher Auffassung sein. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, wohin ihr die Scheiben könnt. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.